Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Elbe Bestwin. Ja, da wir in dieser Folge nichts zu kämpfen haben, dachte ich, gehen wir mal in Zivilkleidung. Und ja, wir sind ja in der letzten Folge Hildebrandt Mandeville dem berühmten Kriminologen begegnet. Und der wollte in Ulda ja nach einem Kriminologen-Fall suchen und ja, befragen wir doch mal Leute in Ulda, was es so gibt und wofür man einen Kriminologen so brauchen könnte. Ob mir irgendwas Verdächtiges aufgefallen ist? Du bist doch wohl nicht mit diesem Spinner in zerrissenen Klamotten befreundet, der mir gerade schon Löcher in den Bauch gefragt hat. Wenn es um die Waffendiebstähle geht, verrät dir der Mithril-Bote genauso viel wie jeden Uldaner. Oder hast du etwa nicht genug Geld, dir ein Exemplar zu leisten? Meines leichter jedenfalls nicht, das steht schon mal fest. Hm, okay. Der Mithril-Bote ist übrigens die Tageszeitung von Ulda. Mal schauen, vielleicht weiß ja Silberner Nessel was. Ob Ulda in letzter Zeit von Verbrechen heimgesucht wird, fragst du? Ha, welcher von den Händlern hier ist schon kein Verbrecher? Aber mal Spaß beiseite. Die Händler und Kunden auf dem Markt in der Perlengasse schwatzen dieser Tage tatsächlich viel über einen ominösen Waffennäuber. Man hat sogar schon Schilder aufgestellt. Vorsicht, vor dem Waffendienst steht da drauf. Na, der soll sich hier rückblicken lassen. Dann zeige ich ihm, dass Silberner Nessel auch was von brennenden Nesseln versteht. Und da hinten gibt es noch jemanden, den wir befragen können. Nach verdächtigen Vorgängen in Ulda fragst du. Falls du den Waffendieb meinst, da kann dir Weimann, der Informationshändler, sicherlich mehr dazu erzählen. In Ulda werden täglich mehr Gerüchte gestreut, als die Wüste Sandkörner hat. Da wendest du dich lieber an jemanden, der den ganzen Unfug schon rausgesiebt hat. Okay, dann mal ab zu Weimann. Der hat uns ja die ganze Sache erstmal eingebrockt, indem er uns auf Hillebrands Fährte geschickt hat. Der steht dort hinten irgendwo. Ja. Sei mir gegrüßt, meine Güte. Hab schon gehört, dass du den Zombies ihre Tanzflausen ausgetrieben hast. Ausgezeichnete Arbeit. Wenn du diesen Fall lösen konntest, dann können wir auf den alten Hillebrand eigentlich auch ganz und gut verzich... Weimann, mein alter Freund! Weimann, wie geht es dir? Hillebrand? Hat mir die heiße Wüstensonne den Verstand gebraten? Du lebst? Aber wie ist das möglich? Und lebst du überhaupt wirklich? Ha ha ha, der gute Weimann. Deine Sorge rührt mich. Wie du siehst, geht es mir blendend. Und mir auch, hihihi. Ähm, ja. In der Tat. Scheint alles beim Alten zu sein. Vielleicht hat absolute Selbstüberschätzung ja doch ihr Gutes, wenn sie sogar zum Tode trotzen... Ne, wenn sie sogar dem Tode trotzen kann. Mein geschätzter Weimann, was soll das bedeuten? Du redest mal wieder hochtrabendes Zeug, das selbst den messerstarfen Geist eines genialen Kriminologen wie ich es bin benebelt. Sprechen wir lieber von den dringenderen Dringlichkeiten. Ist es wahr, dass in Ulda seit kurzem ein Waffendieb sein Unwesen treibt? Ein Waffendieb? Ja, derartige Gerüchte sind mir tatsächlich zu Ohren gekommen, wenn die Berichte auch sehr vage sind. Ach, Weimann, du kannst doch einen gestandenen Schnüffler wie mich nicht verschaukeln. Willst sicher wieder den Preis in die Höhe schrauben, was? Nun drück schon damit raus. Wo ist die heiße Spur, die zu dem Tu nicht gut führt? Ob es eine heiße Spur ist, kann ich dir nicht versprechen. Aber es gibt in Ulda ein Mädchen, dem neulich seine Waffe gestohlen... Halt ein, Weimann. Ein Mädchen, dem seine Waffe gestohlen wurde. Waffe. Gestohlen. Hm? Ich hab's! Bei diesem bemitleidenswerten Kind muss es sich um ein Opfer des Waffendiebs handeln. Schließlich wurde ihm eine Waffe gestohlen, nicht wahr? Ha! Da wärst du nie drauf gekommen, mein Freund. Wohl an, Naschu! Eilen wir zu der Ärmsten, zu Hill-Naschu! Die Abenteuerin aus der Wüste? Seit wann stehst du denn hier? Bist du ebenfalls auf der Suche nach dem Waffendieb? Oder einfach nur neugierig, wie ich den Fall löse? Ja? Letzteres muss es sein. Ich erkenne das Funkeln der Bewunderung in deinen Augen und es sei dir verziehen. Denn niemand kann sich der Faszination des größten Kriminologen seit Entstehung des Universums entziehen. Mein siebter Sinn sagt mir, und er hat sich noch nie geirrt, dass sich unsere Wege schon bald wieder kreuzen werden. Nun denn, gehabt dich wohl! Auf mich wartet ein Verbrechen! Funkeln der Bewunderung? Funkeln der Verwunderung wohl eher, was? Tja, weg ist er. Dabei habe ich ihm noch nicht einmal den Namen des Mädchens genannt. Er mag etwas mitgenommen aussehen, aber seine Impulsivität reicht für zehn ultische Händler in der Blüte ihres Lebens, wenn das mal gut geht. Also gut, nochmal. Wie geht's denn weiter im Schwitzkasten der Gerechtigkeit? So war es schon immer. So war er schon immer, der gute Hildibrand. Das Herz spricht vor und der Verstand hechelt hinterher. Und zwar mit einem einigen Malmen Abstand. Tja, dass du noch hier bist, lässt mich hoffen, dass zumindest eine Kriminologin in dieser Stadt aufgeklärt genug für die Aufklärung dieses Falles ist. Also, das bestohlene Mädchen, wie meine Quellen verlauten lassen, handelt es sich dabei um die Röger den Gelber Mond, eine Stammkundin der Weber-Gilde. Greif unserem selbsternannten Meisterschnüffler lieber unter die Arme. Wer weiß, was er sonst noch wieder alles anstellt. Okay, dann gehen wir mal zu Gelber Mond. Ich muss nebenbei ein bisschen was trinken. Hildibrand zu synchronisieren ist echt anstrengend. Ich habe eh gerade leichte Halsschmerzen. So, zur Weber-Gilde wollen wir. So, die ist da unten. Hallo, Gelber Mond. Gelber Mond kennen wir noch nicht, aber wenn wir in Ulda gestartet wären, die hatte eine Low-Level-Quest. Die war auch ganz witzig, weil Gelber Mond hat einen Freund, der ist ein etwas dicker Rögerdin, der wollte für sie abnehmen und du solltest ihm dabei helfen. Das Dumme ist, Gelber Mond mag ihren Möppelchen, wie er ist und will überhaupt nicht, dass er abnimmt und dieses Missverständnis musste man damals aufklären in dieser Quest. Eigentlich eine ganz witzige Quest. Also ist das zu fassen. Jetzt ist auch noch mein geliebter Druidenzweig reines Herz verschwunden. Halte den Dieb! Was für eine bosenlose Unverschämtheit! Ah, dieser Klang! Die von Verzweiflung erfüllt in Tränen erstickte, zitternde Stimme einer jungen Dame in Not. Und einer besonders liebreizend, denn wenn ich mir diese Bemerkung erlaubt ist, lässt mein kriminologisches Herz frohlocken. Ich weiß nicht, also... Auch schon in der Low-Level-Quest alle standen auf Gelber Mond. Ich finde, die sieht nicht toll aus. Mir gefällt die gar nicht. Aber gut. Offenbar ist sie für eine Rögerin eine Schönheit. Was bist du denn für eine Ulknudel? Verzeiht, werte Dame, verzeiht. Wie konnte ich so unhöflich sein? Vor euch steht der einzigartige, unnacharmliche, listige und schlaue in allen Herbergen dies und jenseits von Ulda bekannte Kriminologe Hildibrand. Und ich bin seine Assistentin Dashu. Junge Abenteuerin, ich muss schon sagen, vor mir am Tatort zu sein, du musst ja förmlich darauf gebrannt haben, mein meisterhaftes Gespür beim Aufklären dieses Falles hautnah zu erleben. Das nenne ich wahre Bewunderung und ich gebe es zu, sie schmeichelt mir. Sorgt euch nicht, junge Frau. Diesen Fall haben wir im Handumdrehen gelöst. Werd ihr nur kurz so freundlich, uns den genauen Hergang der Tat zu schildern? Äh, ja, natürlich. In letzter Zeit werden mir ständig Sachen gestohlen. So auch heute. Und zu allem Überfluss hat es diesmal meinen geliebten Druidenzweig reines Herz erwischt, der mir so viel bedeutet. Er war nämlich ein Geschenk meines Speckelchens zu unserem dritten Jubiläum. Es besteht kein Zweifel daran, dass er noch in meinen Gürtel steckte, als ich das Haus verließ. Ich ging dann zur Rote-Couture-Sonnenseide und zum Kolosseum, um dort einige Erledigungen zu machen. Als ich hier in der Gilde ankam, war der Stab auf einmal weg. Kann denn eine Frau auf den Straßenulders nicht einmal am helligsten Tage einen Spaziergang unternehmen, ohne um Leib und Leben fürchten zu müssen? Die Palastwache ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Verzagt nicht, gnädigste! Der berühmte Kriminologe Hildebrandt ist hier und wird jeden Unhold, der es auch nur wagt, einen Gedanken an die Störung öffentlicher Ruhe zu wagen, hinter Schloss und Riegel bringen. Eure Schilderung mangelt es zwar an für meine kriminologische Arbeit essentiellen Details, doch meinem messerscharfen Verstand ist längst klar, dass der Ort des Verbrechens in diesem Fall unklar ist. Wir müssen daher alle in Betracht kommenden Tatorte genauestens unter die Lupe nehmen. Wohl, Anashu, als erstes wollen wir sehen, welche Geheimnisse sich hinter den Tüchern und Schleiern von Haute-Couture-Sonnenseide verbergen. Mir nach! Also gut. Dann mal am besten schnell hinterher. So, das ist... Ich glaube, da in der Nähe vom Alteritenplatz gewesen. Hm. Nichts Verdächtiges zu sehen, möchte ich meinen. Und meine Spürnase irrt nie. Hättet ihr die Güte, noch einmal zu rekapitulieren, was genau sich an diesem Ort zugetragen hat, meine Liebe? Also das war so. Ich war dabei, einige neue Kleider aus der Frühjahrskollektion anzuprobieren, als mir auf einmal ein unbekannter Mann seine Aufwartung machte. Stand auf einmal hinter mir und raunte, ich wäre dir das schönste Gestirn am Firmamentaner-Laden in klaren Wüstennächten. Ich war so überrascht, dass ich vor Schreck meine Handtasche fallen ließ. Die ist ihm leider auf die Zehen gefallen. Ein recht unglücklicher Umstand, wenn man bedenkt, dass ich gerade heute mein mithilbeschichtetes Fingernagel-Maniküreset dabei hatte. Äußerst robust, wiegt aber leider auch knapp 120 Ponzen. Dementsprechend groß war das Geschrei, das du dir, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. 120 Ponzen! Das sind ja gut und gern zwei wohlgenährte Lala-Fell. Mit Verlaub, ihr habt wohl einen Nebenjob an den Dampfrahmen draußen, was? Ha ha ha. Nun, wir sollten keine Zeit verlieren und schleunigst zum Kolosseum eilen. Jeder Augenblick, den wir hier verharren, gibt dem Täter einen weiten Ilm-Vorsprung. Na, nochmal schnell zum Kolosseum. Das ist dann gleich da vorne. Müssen wir dann mal die Zone wechseln. Ach nee, müssen wir gar nicht. Was ist hier? Eine schwitzende Holzkiste? Boah, ist das heiß hier denn? Oh! Ah! Naja. Sprechen wir erst mal mit Heli Brand. Hm. Auch hier wollen meine krimiologischen Alarmglocken nicht läuten. Denkt nach, gnädigste Frau. Könnt ihr uns vielleicht einen Anhaltspunkt liefern? Was trug sich an diesem unscheinbaren Ort, an dem doch in jeder Fuge und Ritze das Böse und Unberechenbare lauern könnte? Ähm, also das war so. Ich war gerade in das Programm für die neuen Wettkämpfe vertieft, als mich ein Adretter Gladiator von der Seite ansprach. Mit den Dämonen der sieben Höllen würde ich es aufnehmen, wenn ihr als Preis für meinen Sieg winktet, holde Frau, hat er gesagt. Weil ich sehen wollte, wer solch ein schwürstiges Zeug von sich gibt, habe ich mich impulsiv umgedreht und dabei meine Handtasche in großem Bogen geschwungen. Konnte ich wissen, dass sich sein mit spitzem Kussmund vorgeschreckter Kiefer genau in der Flugbahn befindet? Oh, das Manikür ist ja... Oh, Backe! Äh, doch. Ich glaube, nein. Ich bin mir felsenfest sicher, nun das Motiv des Täters zu kennen. Bei allem Respekt, Gnädigste. Aber ihr habt euch heute ein paar Feinde gemacht. Willentlich oder nicht. Sagt mal, waren diese Kisten eigentlich auch schon hier, als wir angekommen sind? Ah, Hildibrand in Denkerpose. Glaubst du, den Kisten ist zu heiß? Sie schnaufen so jämmerlich. Oh, die armen, armen Kisten. Ich hab's. Wir sollten ihnen etwas Abkühlung verschaffen. Hier, mit diesem Kistenknackern bekommst du sie bestimmt auf. Dann kann der Wind sie von innen abkühlen. Äh, was? Na gut. Boah, ist das heiß hier drin. Boah. Machen wir mal die Kisten auf. Ups, was kommt denn da? Ja, das... Sagen wir doch gleich mal Hildibrand. Die Wahrheit. Versteckt hinter einem Gedichtengeflecht aus Ränken und Täuschungen. Wer sie finden will, muss sich wie ein junger, unbedarfter Schnapsspitzmull auf der Suche nach einem Stück Käse in ein Spiegellabyrinth der Gannerei begeben. Doch ich, Hildibrand, weltbester Kriminologe und Entwürrer der vertracktesten Verwirrungen, drang zur Wahrheit vor, packte sie am Schlawittchen und zerrte sie ans Tageslicht. Bei dem Waffendieb kann es sich nur um den Gladiator halten, handeln, der am Kolosseum Bekanntschaft mit eurer Handtasche machte, meine teuerste. Gekränkt ob der Tatsache, seine Meisterin im Zweikampf gefunden zu haben, sann der Armitropf auf Rache. Also stellt ihr euch nach. Wartet ihr auf den geeigneten Augenblick und ergriff dann... Herr Hildibrand, Herr Hildibrand, ich hab das Stöckchen gefunden. Diese Männer hier hatten sich damit in ein paar Kisten versteckt, die deswegen ganz doll schwitzen mussten. Aber Elvib und ich haben sie da rausgeholt. Bin ich nicht eine tolle Assistentin? Bitte verzeiht uns, mein Herr. Wir wollten wirklich nichts Böses tun. Dies alles geschah aus Bewunderung. Bewunderung für die liebreizende, holde, gelbe Mond. Jeden Tag verzehren wir uns nach ihr. Und doch wissen wir, dass wir ihr wegen ihrer Gefühle für bitterer Schnee niemals nah sein können. So wollten wir wenigstens ein Gegenstand aus ihrem Besitz unser Eigen nennen. Dessen Duft uns wärmen und durch die trostlosen Stunden bringen würde. Ja, was seid denn ihr für Stalker? Also wachten wir zu jeder Glocke des Tages über sie und hoben alles auf, was sie fallen ließ. Von Einkaufszetteln über benutzte Taschentücher bis hin zu eben jenem Zweig. Im Grunde haben wir sogar ein gutes Werk getan, findet ihr nicht? Ihr habt mir also meine ganzen Sachen gestohlen? Ihr Schufte! Na wartet, jetzt lernt ihr mich aber mal von meiner anderen Seite kennen. Dagegen ist die Handtasche der reinste, streichelt so. Oh, gelber Mond. Wenn sie wütend wird, ist sie ja noch hinreißender. Hahaha, meine Assistentin, wie sie leibt und lebt. Wie pflege ich nicht immer zu sagen, traue einer Kiste erst, wenn du ihren Inhalt kennst. Naschu, du hast dir meine Worte zu Herzen genommen und bist fündig geworden. Das hast du toll gemacht. Natürlich wäre dein Erfolg niemals ohne mein gelungenes Ablenkungsmanöver hier möglich gewesen. Aber davon will ich in meiner Bescheidenheit an dieser Stelle nicht reden. Wieder einmal ist jedenfalls alles nach Plan verlaufen. Nach meinem Plan. So ist die Bande der unverfrorenen Waffendiebe also gefasst. Worauf warten wir? Liefern wir sie an die Messer der Messingklingen? Äh, es tut mir ja leid, dass ich im Moment deines vermeintlichen Triumphs auf dem Boden der Tatsachen zurückzuholen. Aber mit den Waffendiebstellen haben diese erbärmlichen Kerle so wenig zu tun wie duftende Rose mit nüchterner Ausdrucksweise. Der wahre Täter gibt sich mit solchen Bagatelldelikten nicht zufrieden. Er fordert seine Opfer zum Zweikampf heraus, um sie nach ihrer Niederlage auch noch dadurch zu demütigen, dass er ihnen ihre Waffen nimmt. Das hat dann gar nichts mit diesem liebestollen Haufen jämmerlicher Waschlappen zu tun. Gestatten. Ellie, aufschrebende Volontärin des Wirtschaftsmagazins Mitrilbote. Ich arbeite für unsere Redaktion an der Aufklärung dieser Verbrechsserie. Du willst ein Kriminologe sein, nicht wahr? Nun, ich denke, es ist zu niemandem Schaden, wenn ich dir ein echtes Opfer des Waffendiebes vorstelle. Wenn du wirklich der weltbeste Kriminologe bist, dann beweise es, indem du diesen Fall löst. So, so. Äh, ich meine, das war mir natürlich klar. Trotzdem, vielen Dank, dass du ein solch großes Interesse an meiner Arbeit bekundest. Hildebrand ist sich für keinen seiner Bewunderer zu schade. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und in diesem Fall, und diesen Fall in deinem Beisein lösen. Wenn dir das nur halb so schnell gelingt, wie dir dein Selbstlob über die Lippen sprudelt, können unsere Leser sicher schon in der nächsten Ausgabe über einen aufklärenden Artikel freuen. Hey! Wo willst du denn hin? Ich hab dir den Namen des Opfers doch noch gar nicht genannt. Na gut. Dann lassen wir uns doch mal von Ellie aufklären. Ähm, du bist eine Freundin dieses Kriminologen, nicht wahr? Untersuchst du den Fall zusammen mit ihm und als seiner Assistentin? Dann dürfte dich interessieren, dass sich eines der Opfer des Waffendiebes am Goldbassar aufhält. Es handelt sich um einen Abenteuer namens Humphrey. Aber Vorsicht! Der Junge hat selbst Dreck am Stecken, wenn meine Quellen richtig liegen. Ich frage mich, wie unser rechtschaffener Freund Hildebrand in so einem Fall wohl reagiert. Hehe. Hoffentlich serviert er den miesen Kerl ordentlich ab. Das hätte er verdient. Joa, aber ich würde sagen, zum Goldbassar gehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut! Mmmh. Untertitelung des ZDF, 2020